ARD Text im Auftrag des ZDF So meine Leute, ich habe meinen Ausnahmen bei Filmen da kann ich wieder erinnern, dadurch habe ich einen Alarm gedrückt, das war aus Versehen, das ist schon lange her, ich war nicht wie lange es war. Das wird meine Skate Relic 2018, Wessner, der Rompiler hat meine Antwort es hat, und aufsteig war dabei zu. Und es gibt nichts zu sagen, ich wollte nur sagen, dass man das jetzt aufsteiget, wenn man aufsteiget ist, dann würde ich mich vielleicht noch an der Fahrt hier. Erstmal runter, und dann habe ich mich einfach gefragt, warum geht das nicht hier? Das ist ja, wenn das Täter weg ist. Und das Untergeschoss, und zweites Untergeschoss, und drittes. Jetzt wird es nicht mehr haben wir den Sound感覺 gefilmt, das ist ja nicht mehr – das ist ja ein bisschen – ja, das ist ein Stopp, jetzt hören wir uns. Das ist eine Maschinenraum, so richtig, Abstand halten, Aufschluss halten, als hofer Meter. Da gibt es die Euteile für mich gleich. Und hier sind wir, das kennt ihr auch schon, nämlich den Hauptbahnhof. Augsburg, Hauptbahnhof, das kennt ihr schon, das ist eine Hauptbahnhof, Augsburg. Das ist nämlich Glasaufzug, alles Glas, das sind jetzt ohne Glas, wenn es ohne Glas ist, wenn es auch so ohne Glas hier ist, dann führe ich mich hier schon, Abschein, Aufschluss haben gesagt. Das wollte ich nochmal so sagen, das ist schön, der hat mir schon Bescheid. Das ist ein findendes Raum, glaube ich. E, also durch diesen E. Das ist ein Kabel. So, das war ein Lubehatt. So, jetzt ist die Rolltreppe dran. Diesen Aufzug, kennt ihr auch schon. Wie soll ich das denn? Wo ist das? Ich erinnere mich. So, jetzt ist das ein bisschen, ja. Das stimmt gar nicht. Ich kann nicht. Ich habe mich über Gott schießen. Ähm, wohin ist das Baujahrs-Dirkschoss? Ja, wohin ist das Baujahrs-Dirkschoss? Keine Ahnung. Aber es ist auch ein bisschen gut. Es ist ungefähr das gleiche Baujahrs-Dirkschoss. So, hier. Erstes Obergeschäft, da ist ja auch durchgeschäft. Das ist ja auch ein bisschen. Aufzug. So, hier. Irgendwo müsste es sein. Oh ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Ui, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Oh, muss ich wieder sehen. H-O-1 Ui, Otis! Aha, das ist eine Anzeige für die Otis. Otis steht da. Immer auf aller Seite. Fast nur ohne Otis, 29. Ah, ich weiß. U-T-E-S, alles ist kaputt. Otis steht da. Wieder Otis. Otis zur Weltrippe. Das ist das schönste Weltrippe in Augsburg. Das ist das schönste Weltrippe in Augsburg. Ja, aber ich finde, es ist vorher noch nicht. Da, wo der Baume steht. Wahrscheinlich hier immer nur unten. Keine Ahnung. Ich fühl mich noch mal. Gut, gut. Also Friedenflüsse schauen.